Jetzt noch dran, ein bisschen in Pech, das vierte Gegentor für 1860 München in dieser Saison. Und das war der Kardinalfehler, Halfer kriegt den Ball nicht unter Kontrolle und dann ist keiner mehr da, der den zweiten Ball abnehmen kann. Haben sich vielleicht ein bisschen zu sehr hinten reindrängen lassen, die Gäste.